Das Rennformat. Zehn Traditionsrennstrecken wie Interlagos, Laguna Seca oder Badhurst. Vor Beginn des Events wird die jeweilige ausgelost, die dann 15 Fahrer unter die Räder nehmen. Die sechs DTM-Audi-Piloten Leut Duval, Robin Freins, Jamie Green, Nico Müller, René Rast und Mike Rockenfeller. Dazu kommen sechs RCCO-Sims wie Bettina Schuller, einzige Frau im Feld, Deutschlands bester Modellbauer Michael Niemers oder Stefan Waschow. Dazu gesellen sich drei Gaststarter. Die Autos. Audi e-tron Vision Gran Turismo. Sechs Sprintrennen. Das Qualifying in drei Abschnitten mit je fünf Fahrern. Dazu ein Last Chance Q4 mit den restlichen zwölf. Das Halbfinale bestreiten die schnellsten sechs. Die besten zwei ermitteln in einem Superfinale über eine Runde den Sieger. Untertitelung des ZDF für ein paar Tage. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.